Wir möchten, dass Sie für Ihr nächstes Spiel einsatzbereit sind. Es ist nicht nur irgendein Trikot. Es ist der Club. Es sind die Menschen. Es sind die Spieler. Es ist mehr als eine Leidenschaft. Es ist ein Ziel. Um schneller zu sein. Besser sein. Es ist alles zu geben. Wir möchten, dass Sie nicht länger auf Ihr Equipment warten müssen. Wir produzieren in acht Arbeitstagen. Wie machen wir das? Unser Werk. Produktion in Europa. Maschinen auf dem neuesten Stand der Technik. Wir stellen Technologie in den Dienst der Leidenschaft.